So, willkommen wieder bei einer neuen Runde Worms, äh, Let's Play Together Worms Revolution. Direkt schon hier reingestolpert in dieses, äh, in diese neue Folge. Ja, ganz toll, wir sind zu viert nämlich und in einer Konstellation, wie wir sie noch nicht hatten. Und zwar ist dabei der Christian. Hallo. Dann der Nils dabei, der alte Hase. Hallo. Ja, schade, also später. Und Daniel, den wir jetzt gerade sehen, als Carby, Kayby. Genau, sein zweites Spiel, glaube ich. Dann mach mal was, Merlin. Ach, da bin ich schon, ne? Hälfte der Zeit abgelaufen. Daniel, das ist spannend. Wie ist das sonst so einfach? Neun Sekunden, Daniel, acht, sieben. Hau irgendwie, irgendwas kommen. Drei, zwei, eins. Leertaste. Oh, oh, oh. Wegen sitzt du schon hier bei ihm jetzt. Krisa, kann auf den Schweinsteiger gehen. Scheiße. Hex, oh. Oh, der spielt auch, ist auch ein Wurm. Ja. Was wird's? Hau mal kurz, man kann auch noch was... Egal, wir machen keine Experimente jetzt hier. Das ist trotzdem gefährlich. Was kann keine Experimente? Das ist gar nicht so viel ab. Doch. Doch. Oh, da oben drei. Oh, die hast du gar nicht gesehen. Doktor Orson. Jump, jump. Warte, jump, jump. Wow. Oh, die hast du schon gemacht. Matthias Sommer. Ja, point der Wurm. Ich weiß gar nicht, was ich bekommen hab. Ich weiß sowas von drin in diesem, in diesem, ja, dieser... Du hast nix abgezogen, oder? Ne, du hast nix verloren. Was ist geklappt? Setzlifter. Setzlifter. Der geht natürlich auf den Achsel. Er hat ja Respekt irgendwie vor dir. Ich weiß ja auch nicht. Wahrscheinlich, weil er dich bald besucht kommt. Ja. Schreibt's ja nicht beide? Ich hab jetzt auch letztens den Käfig gekauft, Nils, für dich. In der Tierhandlung. Und da kannst du dann drin schlafen. Was? Was? Ich hab'n Käfig für dich gekauft. Mit der Tietje, oder was? Ja. Ja? Dass du im Käfig mit der Tietje schlafen kannst. Ich dachte, du hast die Sarah. Er kommt nicht mehr. Ja, das ist doch gar nicht. Ja, krass. Aber der Daniel hat es wenigstens hingekriegt, jetzt mal was abzulegen. Er hat doch am meisten verloren, ey. Robben ist tot. Robben ist, glaub ich, tot. Hat er denn nicht 100 Punkte gehabt? Weiß es nicht, ne. Ich hab da auch einmal wieder auf den Robben gehauen, auf den Robben. Ach, sei doch so stolz, ey. Ne, ich sag das doch nur. Verkauf dir doch ein Eis. Ich sag das doch nur. Ich kommst jetzt auch auf, dass ich stolz drauf bin. Sonst würdest du es doch nicht sagen. Nö. Oh nein, der Robben. Bye, bye. Hat er das aber auch weg. Oh, rein. Mischel. Was war ich hier? Zack. Was hat der Junge? Soll wir das auch morgen machen. Auch ein Chrisser. Ach, morgens ist ja gar nicht. Chrisser hier ganz schnell. Auf eine Granate da runter. Keine Tipps hier, ja? Hör doch mal auf, mit Tipps, die brauche ich ja gar nicht. Ja, machen wir jetzt gar nicht mehr mit Tipps oder wie. Ja, das hat eine in der Portion noch Tipps. Ach, hör auf, ich brauche keine. Ja, das hat ein bisschen geknallt, sonst wäre es im Wasser. Oh ja, tatsächlich, das klappt. So, jetzt haben wir den Christian auch schon mal ein bisschen bearbeitet, ein bisschen gekitzelt. Ja, ja. Ja. Wehe. Äh, was soll er denn machen? So, zaubern? Kommt nach der. Okay. Dafür bist du verantwortlich. Ist er fest oder was ist das? Der Neil steht gerne mit dem Arsch zu läuten. Ach ja. Und dann wackelt der immer gern von vorne nach hinten. Wirklich, wir müssen reden, ne? Da war jetzt nicht nett, was er da macht. Ja, vor allem hat er es dir genau auf die Augen gelegt und ich auf die Nase. Oh, oh. Ja, aber jetzt kriegst du die Nasen-OP, die du wolltest, ey. Ah, bin ich nicht, ey. Nö. Hey, Flapper. Flapper. Geh mal auf den Hub. Da auch so müde wie ich, Daniel. Och, Nils. Wenn du, wenn du über sowas reden willst, dann kannst du zum Lanz gehen. Und darüber reden. Ja, genau. Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Dann kannst du dem erzählen, wie müde du bist. Ich mach mit dem nicht über Politik und so. Hä? Du hast gerade die Bunnenbränder genommen. Das wissen die alle nicht. Doch, es bringt schon was. Aber die wissen alle nicht, dass das eigentlich für was anderes da ist. Aber deswegen gräbst du dich dann mit ein, da geht es irgendwie durch eine Mann durch oder sowas. Also. Komm, Pan. Gut zu wissen. Uuuuh. Yeah. Oh, schade. Das ist ja mal perfekt. Kannst du mit dem Timo mal reinschmeißen, da oben die Brennen alle weg? Oder geht es wieder auf mich? Ich will mal kurz gucken, kann man das scharf schon? Ne. Oh. Oh. Oh, oh. Wie viel mit dem. Adios. Oh, ja. Das ist ja auch nicht. Das hat es eben mal. Auf mich direkt, ey. Auf mich vor allem. Nein, da hat es mich vierzeh... Oh, das war auch nicht. Das war auch nicht. Voll auf mich, ey. Hier ist auch noch viel abgezogen. Boah. Hat der ihn erwischt? Ich hab da alle gefickt. Na. Na. Na, sag doch sowas nicht. Nicht vorm Fritter. Hier ist das nur einer von dir, ne? Der ist was halt. Ja, der triffst du dadurch. Und sich selbst auch mit. Aber doch nicht. Wart mal ab. Schon wieder auf die Nase. Scheiße, 18. Ich hab dir gesagt, dass du dich auch selber triffst. Ja, aber das ist ja gar nicht so viel. Jetzt gleich 18. Das ist schon viel. Wir sind hier bei Worms und nicht bei Worms. Einmal Lemmings. Einmal Lemmings. Können wir auch in der Stelle mal ausmachen, ne? Was fällt denn da ins Wasser? Ach, ein Blatt, glaub ich, ne? Gibt's denn hier noch schönes. Da noch ein Blatt. Ganz großes Blatt. Heftig, ja. Boah, wie riesig, ey. Ja, eigentlich nicht, um die Natur uns anzugucken. Ja. Oh, guck mal, da ist eine Welle hochgeschlagen. Noch eine, da noch eine, da noch eine, da noch eine. Ich hänge. Oh, Daniel. Daniel, mach sie. Ich dachte, du spielst nicht so gerne Simulationsspieler. Jetzt willst du hier was aufbauen. Interessant. Das Falsche. Ja, richtig. Das Falsche sagt er. Jo. Spring. Ja. 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 Ja, tschüss. Super scharf. Nachtmutter. Nachtmutter. Tschüss. Er hätte ruhig gut nachts sagen können. Nein, das wäre geil, ey. Warum sagt sie denn, tschüss? Er hätte ruhig gut nachts sagen können. Ja, sie hat auch keinen Bock mehr da drauf. Immer dieses Gute-Nacht-Mutter. Müsste, müsste gereicht haben, oder? Nee. Oh, knapp, knapp, knapp. Jetzt gibt mir den Müller. Nein, jetzt krieg ich den. Jetzt krieg ich den. Ich krieg 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 den. Oh. Ja, der Uzi. Geil. Kurste auch, ja. Na, war nicht. Doch, doch. Müsste eigentlich locker gelangt haben. Wer kennt den Song? Schreibt's in die Kommentare Schreibt keiner in die Kommentare Wenn ich sage, schreibt in die Kommentare Ich hab also nicht sehr viel gemacht Ich sag's doch mal Hier spielt Heinz Krawutke mit Edit den in Facebook Und wenn das jemand gemacht hat Dann erwähnt das in den Kommentaren Ich würde mich sehr darüber freuen Oder auf Facebook Schreibt's in unseren Channel Oder auf unserer Seite Wie das bei Facebook heißt War das der Nils? Das bringt nix So, war ja gut Hat er viel abgezogen Das hat hier jetzt nur Hat dich nur zum Toten Den Tod näher gebracht Kavi, der nicht der Letzte ist Hä? Ne Hat mir noch was in der Hand? Was hat er denn? Unbrenner, ja Kannst du das wegmachen? Gar nicht Indien du was Neues auswählst Renn mal vorwärts Und such dir mal Hol dir mal die Kiste da Da ist was Neues da drin Ja, will ich ja Ah, jetzt geht's Kannst auch springen Was hast du bekommen? Ozi Mach mal schnell Mach ich doch Raff dir das nicht Dass zwei Sekunden Nur zwei Sekunden sind Das ist wie Nils Nils merkt das irgendwie nicht Ey Musst du erst mal laufen Erst zum zweiten Mal hier Ja, fliegt das so komisch nach oben Vielleicht Aber das ist ein normales Schaf jetzt auch schon Da unten ist es Ganz unten Kann ich dann einfach Das klappt aber nicht Aber das war so was, das Schaf zu nehmen Weil das klappt es nicht Jetzt Soll ich von da laufen Das krieg ich aber auch ab Mach's schnell Egal Komm Lass mich alleine Ja Ja Das ist auch schlecht Wo der sich die Medizin hier braucht Entschuldigung auf mich Nur auf mich Hier die ganze Nein Aber er kriegt auch was ab Geht doch mal einer auf die Christe Oder drei Würmer Oh, da hat man auch noch Brechheit Ausgerechnet auf den müdesten und unfittesten hier Am unattraktivsten Was wolltest du noch sagen Unhunrigsten Echt Müffel Das war jetzt echt unfair Der lebt noch Nicht War das der letzte Wurm von Daniel Nee Also jetzt machen wir Jetzt machen wir einen Sigi Aber platt Ja Ja Sigi Ja Sigi Ja Der Daniel Kann da oben noch ein bisschen was machen Kannst du sagen Dass wir beide ein Team Sight Card Irgendwie Oh scheiß Ich hab mich Ich bin ganz normal hetero Hör mal zu Du mit deinen ganzen Vorwürfen da immer Dass ich irgendwie so bin So bin ich nicht Mit irgendwie Mutter Nein Ich bin ganz normal Ich bin ganz normal Ich bin ganz normal Ich bin ganz normal Das geht's doch nicht Du bist Ihr Idiot aber ich sollte mal sport einzeln ausmachen wenn wir jetzt abgelenkt ja natürlich der sie ist dann noch der haut ab kein problem ja ich komme da hoch einfach bei dir rein ist kein problem das ist alle hoch zum sie gehen kannst du dich da auch einfach hochtelebot der guter da ist mit seinen 31 punkten schon ziemlich ich weiß ich weiß und zwar in der hand seit der ersten runde nein schläger zieht nur 30 punkte ab du musst irgendwas stärker machen machen das scharf ich gebe dem tipp okay geh weg renn ein bisschen weg davon und dann macht das scharf du bist spring spring so jetzt rede ich um und macht das scharf leertaste und dann noch mal leertaste drücken um es zu explodieren zu bringen wer genau bei ihm ist jetzt das musste man machen jetzt fast ist der weg wir hatten noch irgendwie 30 ja der summer der geht baden ne ich glaube da brauchst du nur gegen gegen die box schon schießen der ist tot ja 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 hat schon gereicht ja da ist schon direkt den nächsten schuss in richtung sie das ganz klar heute wieder bluten wenn der müller dran ist dann weiß ich was passiert wenn der schweinsteiger ist auch und da hat er dafür lang boogie b was sind es ich bin ein arschloch ja boogie b ich glaube das ist das das sei okay das heißt ja keine ahnung was dann ist ich bin nicht von team 17 tut mir leid aber er hat das große t auf der mütze ja mal gucken was der nils macht weil da oben alles was du da oben machst tut dir auch sehr du bist so ein ey da komm ich dir hinterher ich bin ja nötig kann lachen weißt du was du kannst vielleicht vor uns fliehen aber vor deiner mutter nicht ja ein anruf und die ist gleich wie an deinem zimmer ey und dann sag die nicht mehr tschüss bzw nur noch einmal hörst du tschüss ey deine mutter ist unser worms evolution joker die alte dame also die super mama genau was hat dann wieder vor er hat nicht mehr viel was er sich hier lassen kann neun sekunden dann ja acht fünf vier neun sekunden komplett getroffen aber hat nicht viel abgezogen ne muss mich auch beeilen ne problem ist du bist da stehen geblieben gehst du jetzt auch den diesen herr theoretisch müsstest du jetzt das loch von ihm gehen weil dann muss er auf jeden fall zu mir zurückkommen er findet noch andere löcher einer muss man sagen das sind aber auch die einzigen man hat auch kein teleporter mehr genau höher jetzt geht das du musst ein bisschen höher klicken du wärst sonst in der im landscape da gelandet Boring bei uns bei dir Gude also komisch wenn der Wurm Gude sagen würde weißt du warum freu mich ja ich bin jetzt eh tot Guck dir mal was Boogie ist hast du noch geschnelle Zeit immer auf die kleinen ey wie willst du denn sterben ich spiel auch nicht mehr mit das ist Boogie ja das machen wir jemals für den Nils auf die Flammenfaust im hütten sterben sagt er musste aber jetzt nicht sein musste aber jetzt nicht sein Daniel ist raus aus die Maus jetzt kommt Nils dran du kannst laufen aber nicht für immer ready kriegst du dich jetzt wieder einfach nur weg mal schauen er müsste es eigentlich mal ausnutzen im Endeffekt kann er dich doch angreifen du hast doch eh noch einen zweiten Wurm das heißt der nächste dran ist nicht der Jupp genau das hab ich gedacht na dann kommst du da mit ey ja ist doch geil wa ich finde das ist das behindertste weil es einfach dumm ist was soll ich denn sonst machen weil jetzt sonst schaite ich mir erst selber eventuell noch bei den meisten Sachen genau eben aber es ist glücklich was ich machen kann hast du gut gemacht nimmst weiter so ja hast du gut gemacht nimmst ja hast du gut gemacht nimmst mal ein langes Seil wa mal eine Fresse hat er ja auch gebraucht na ich auch rote kreuz oh ich steh vielleicht gut ich steh vielleicht hoffentlich gut ja das müsste gereicht haben jetzt werde ich hier angerufen jetzt werde ich hier angerufen wieso hast du 13 abgezogen wieso hast du 13 abgezogen wieso hast du 13 abgezogen ja da steht er da steht er der Müller ja ich wurde hier gerade fälschlicherweise angerufen das erste mal in 200 folgen werde ich hier angerufen unterdrückt da bleiben aber der jetzt gleich rüber geht Bananenbombe die ist auch gut richtig gut so Bananenbrot ist besser Bananenbrot ich herr ich habe Ingoink hat mir mehr gemacht dass Lig guck hoch guck mal Nils hat's drauf er ist noch gewinnen ja auch nichts was ist denn das? was ist denn das? oh die Musik jetzt am Einschlaf er hat mich jetzt einmal durch gib mir den gib mir irgendeinen kommen Schweinsteiger schnell was war das? Eleporter hat er bekommen Bananenbombe scheiße die ist zu heftig oh du Arschloch nein 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 wow alter noch voll viel auf mich scheiße bombe nils rach ist süß ich hab keine Bananenbombe Erdbeeren auch nicht? ist langweilig ne? also ich fordere alle auf die das scheiße finden was denn Nils machen einfach mal in die Kommentare dislike auf Nils da hat er noch zwei Würmer ja und aber du jetzt den einen Wurm von mir da unten töten können der mit Schweinsteiger mit 3 ja ich dann tot gewesen wenn du den Schweinsteiger umbringst doch nicht ich bin auch noch 3 und wenn ihr das wie der Christian da macht blöd findet blöd findet komm schon wieder auf der rechten Seite raus ich kann mich nicht offen jetzt irgendwo hinterdepotieren das ist scheiße ich weiß jetzt ganz genau was ich mache naja du krebst dich jetzt durch oder lässt den Maul bloß oder was aber der kommt nicht so weit hoffentlich oh das langt sogar scheiße nein nein der ist an dir vorbei du hast ein Schwein gehabt ey Maulwurf ja 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 der Maulwurf der hat dich gesehen halt ne blinde Zau da jub jub hier nach mir ist der Ding was war der da? wo hat der irgendwas hingestellt? was ist das denn? ich muss den Schweinsteiger da wegziehen das Wasser steigt hier kommt die Flut ich hoffe das langt jawoll danke für den Weg bitte time to catch the judge's eye boah ui ach du 62 das geht doch gar nicht ich wende jetzt den Boogie auf dich an das ist dir klar boogie boogie ich dachte er wolltest du dir von Nils aufheben der Nils hat irgendwie so ein automatisch schießende Ding hingestellt schon gesehen ach langweilig was macht das Ding? typisch Nils schießen ja 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 du kennst dich aus ja natürlich hast du schon mal gespielt wo? siehst du auf meinem Platz ja wie ich mir so schön zurecht gebrüllt hab ja ne jetzt mach mal Game Over da ach was soll ich denn machen? nicht ins Mikrofon gähnen wie war das genau? mach doch auch schon mal in den Kommentaren drin wir gehen immer nur ins Mikrofon naja da hat er nie aufgehört mit ey wie hakt ihr ihn mir jetzt hier eigentlich an? jetzt wird wieder sehr lang 15 Minuten und länger was ist das denn jetzt? was ist das denn da? keine Ahnung hab er irgendwas gemacht stark bald ist eh das Wasser so hoch dass hier keiner von uns mehr lebt ja gekämpft wird anscheinend nicht mehr kannst du aber noch Münzen holen ja hol dir ein paar Münzen ja weilung boah es wird gereicht haben durch das andere 85 boah der Team ist mal tot ich glaub der Tim der steht eher als der Nils der Tim steht gut der laufen kann jetzt einfach sein Tele-Tausch eigentlich keine Ahnung was es ist was ist denn Überfall? wisst ihr das? mit Postolo und Sturmhaube also ja ne das ist es nicht das brauchen wir nicht also guck mal schmeckt ja schon die falsche Fahne ich glaub ich bin nicht da Christian muss sich entscheiden und Nils unser Bastelfreud da oben ist ein Geheimfavorit für mich ja? ja für mich ist einfach nur die Ober ne darf man Schwuchtel auf Youtube sagen? ja oh man Nils come on Nen come on Nen hehehe 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 oh wieder in der Kiste die kippt aber runter zu mir jawoll in meinen Schacht Schacht Jodlitzk stimmt Nils hat einen Fehler gemacht ja jetzt schießt das Ding gegen das andere Dinger ja jetzt kann der einfach da was runter werfen und Nils ist tot hmmm hmmm natürlich ist das schlau ach wieso ne du hast nur noch 3 da oben ist es nicht so aber du musst höher sonst erwisch dich das Wasser oh nein du hast aufgegeben oder? ne ja 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 macht das hat gar keine Lust überhaupt jetzt irgendwie sich mit dem Seiler abzu ja mach's auf die alte Art und Weise ganz schnell nenn ich die alte die neu keine Ahnung let's go sollte diese Begriffe lassen ja jetzt machen was du ja dadurch stirbst du auch selber weißt du auch krass ich hab's versucht wenigstens mal an den Rand zu kommen ja ich hab nur erlebt oder was alter ich hab 4 ich glaub der Tim hat nur auch 3 oh man ey interessantes Match ey aber das längste Match was wir hier hatten glaube ich boah da ging ja kratzer noch auf mit dem Schaf gut dass ich das Schaf einsetzen konnte und dein Spielzeug hat noch geschossen ja Müsste gereicht haben NEIN es hat gereicht Nils ist tot Nils ist tot herzlichen Glückwunsch Glückwunsch sehr spannend ja Gradios so jetzt muss ich aber auch schlafen gehen ja wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder bis dahin bis zuh Bis zum nächsten Mal.